Teil 12 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Palmström von Christian Morgenstern Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche, dargestellt so wie ein Mensch, mit einem Buch. Palmström wagt sich nicht hineinzuschneuzen, er gehört zu jenen Keuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst anbreitet, und kein Fühlender wird ihn verdammen, wenn er ungeschneuzt anschreitet. Untertitelung des ZDF, 2020